Und damit herzlich willkommen zu Let's Replay Cube und zwar in der Directors Cut Edition. Wir haben das Originalspiel Cube schon mal Let's Play gemeinsam, aber es ist eine Directors Cut Edition rausgekommen, ungefähr, ich glaube damals war es sogar direkt eine Woche, nachdem ich das Let's Play aufgenommen habe oder so. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine neue Storyline. Wirklich eine Storyline hinter dem ganzen Spiel. Die wurde hinzugefügt, mitsamt Erzähler, allem drum und dran. Und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und für mich ist das sozusagen jetzt auch blind. Ich kenne die Story nicht, ich kenne nur das Originalgame. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob noch weitere neue Content hinzugekommen ist. Aber wir spielen Cube nochmal durch, gemeinsam in der Directors Cut Edition. und ja, ich bin gespannt. Dann gehen wir gleich mal auf New Game und schauen, was passiert. Und was ist es, wenn es ihn nicht verletzt hat? Mit all due respect, dein best guess ist still just a guess. Wir müssen uns in die Wahrheit verletzten, in die Möglichkeit der Gooden. Wait, hold on. His oxygen consumption's going up. I think he's alive. He's conscious. Hey, go steady down there. You've been out for a couple weeks. Fifteen days, in fact. They thought you were dead. If it wasn't for your life suit, you probably would be. Listen, there's been a complication. We can't link it to your POV camera, and it looks like communications are only working one way. You can hear me, I hope, but I can't hear you. That means we don't know how badly you were affected by the transportation. If you're feeling confused or disoriented, you should know that deep space travel can do you pretty serious psychological damage, especially to your memory. Even a few hours out there in the dark can cause permanent problems. I'm going to be honest with you. Mission Control are concerned. You might have no idea who you are or why you're in there. If that's true, I have some difficult facts for you. You're a long way from Earth. A very long way. But every single person on the planet is depending on you. That thing you're inside right now, whatever it is, is going to hit Earth in the next few hours. And if it does, that's the end of everything. You need to decipher and dismantle it from the inside before that happens. I just hope you haven't forgotten how. We all do. Now, listen carefully. This is important. The reason why it's me talking to you and not Mission Control is because you're too far out into deep space. Their signal can't reach you out there, but mine can. I'm Commander Novak. I'm an astronaut on board the International Space Station. I'm going to relay everything they tell me, but the bad news is, every time I orbit around the far side of the Earth, I'll move out of radio range. When that happens, you're going to be on your own for a while. Just stay calm and keep your head straight until I get back into range. Okay, this is it. I'm orbiting out of range now. I'll be back soon. Just remember what I've told you and believe it. Okay, wir müssen also die Erde retten. Na, das ist mal eine ganz neue Überraschung. waren das nicht mal neun Felder? Aber gut, es waren ja auch nur sechs Kapitel, glaube ich. Die sieben, acht, neun waren irgendwie nur fake oder so. Okay. Wir können springen. Gut, die ganzen Rätsel, klar, die werden wir alle noch irgendwo wissen können. Ich meine, die kennen wir ja alle. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Und hoch mit uns. Oing! Die blauen, äh, cubes, finde ich immer ziemlich am allergeilsten. Weil sie so geil schatten kann. So. Die blauen, äh, gehen immer, je nachdem, welchen man auswählt. Wenn wir es die mittlere nehmen, dann geht die am weitesten raus und immer so eine Abstufung drin. Je nachdem, welchen man halt auswählt von den drei. Also so und so und wir können uns hier ein kleines Trippchen bauen. Es ist nicht allzu kompliziert, aber das wird auch noch. Na komm. Ist es nicht so, als wäre das, äh, hier Kindergarten. Nein, nein, das wird schon noch auf jeden Fall komplizierter. Zum Beispiel hier, das wäre zum Beispiel falsch. Müssen wir hier den hier nehmen und lag. Und dann können wir den hier nehmen. Und dann kommen wir hier hoch. Zack, zack, zack. Und ansonsten hätten wir nämlich mit dem hier diesen gelben hier blockiert. Und ich demonstriere es gerade nochmal kurz. Wenn wir den hier genommen hätten, dann wäre das nicht mehr gegangen. Also, den hier, damit der hier raus kann und zack. So kann man sich seine Treppchen zusammenbauen. Okay. Okay, der ganze Raum bewegt sich wieder. nicht so lustig. Hilfe! Huah! Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass man zerquetscht werden kann. Aber das wäre jetzt wohl möglich gewesen. Naja. Gut, das war auch schon Kapitel 1 von 6. In Anführungszeichen. Wir gehen weiter. Der grüne Cube, ja. Das ist ein ganz besonderes Ding. Das kann man sich nicht bewegen. Per Hand. Aber... Aber... Ähm... 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 Achso. Ja. Das grüne Teil hier, das gestreifte hier, zeigt den Spawnpoint des grünen Cubes an. Wenn man sich vertut. Genau. Auch hier. Und mit der Schaltfläche kann man das ganze Rätsel zurücksetzen. Wir müssen nämlich... Wir können mit den anderen Farben den Cube schon äh... bewegen. Zack. Und dann können wir solche Spärenzchen treiben. Okay. Zack, zack. 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 Und dann einfach nur hoch. Heppa, heppa. Ohne drüber zu springen. Wunderbar. Gut. Dann... das hier raus. Die Rätsel am Anfang sind jetzt wirklich nicht so schwer, also... Okay. Dann gehen wir erst mal mit hier hoch. Äh... Den schieben wir runter. Und zack. Das hier. Und zack. Sind wir auch schon oben. Ich bin gespannt, wie sich die Story noch etwas entfalten wird. 919? 919? Was? Sonst kommt nichts mehr? Okay. So. Dann... Okay. Start. Böp. Oh. Ahem. Das habe ich übersehen. Sorry. So. Pluck. Und... Pluck. Und... Pam. Und die Kugel ist im Ziel. Und das Tor geht auf. Wir können nicht auf dieser Plattform stehen. Und wir können aber auch natürlich selber springen. Hui. So. Kapitel 2 von 6. Auch schon abgeschlossen. Aber keine Angst, die gehen nicht alle so schnell. Es sind nur die ersten... 2, 3, die tatsächlich... relativ schnell... vorüber gehen. Also 919 müssen wir uns mal merken. Entspannend, was es damit auf sich hat. So. Jetzt haben wir auch schon die ersten lila Flächen. Und zwar funktionieren die wie folgt. Wir können hier nämlich... damit nämlich den Raum drängen. So. Er ist ein schweres Rätsel. Erledigt. So. Ich hoffe, dass das... Klappt. Sollte normal aber sehr problemlos eigentlich werden. Aber... Naja, mal schauen. So. Da oben haben wir noch einen... kleinen Freund. So. Und dann sollte das doch gehen. Jawohl. Und dann... wird das leider nicht reichen. Hm. Aber das könnte reichen. Wenn wir uns nämlich einfach... rüberschieben. Herstellen. Und uns die Platzform mit dem Asch wegziehen. Und dann... Wunderbar. Hätten wir das auch geregelt. Hey. Ja. Ja, kann ich. Ich habe faith. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf meinem Orbit wieder. So, fingers crossed, das ist zu dir. Ich bin mit der Mission-Kontrolle. Sie sind über dich. Weil deine Radio ist weg. Wir wissen nicht, ob du hast deine Erinnerung oder nicht. Wenn du hast, es könnte... es könnte... es könnte schlecht sein. für die Mission. Eine der Methoden, die benutzen, um die Erinnerung zurückzunehmen, für amnesiak-Patien, ist, es zu sprechen mit ihnen über wichtige Erinnerungen in ihren Leben. So, bevor du wegst, du hast dir eine Lettere. Just in case. Es ist eine Lettere zu dir, über dich. Die Mission-Kontrolle hat mir ein Transkript. Wir denken, es ist für die Besten, dass ich etwas von Ihnen lehre. Okay. Well, first, du bist mitgekommen. Du hast keine Kinder. Du живst in Colorado Springs, aber du bist mitgekommen in Iseland. Das ist toll. Du... Okay, okay. Alles klar. Wir sind verheiratet. Das ist schon mal ein Anfang. Okay. Gut. Äh. Äh. Moment. Das war falsch. Das sieht doch gut aus. Zack, zack. Äh, was? Danke. An den Teil kann ich mich sogar erstaunen, weil sie uns gerade nicht erinnern. Aber, wird schon passen. Äh, das wird auch sicherlich nicht reichen, oder? Äh, nö. Okay. Äh. Ha. Wenn wir den Block zurücksetzen. Und dann... Hä? Das ist ja mal sehr strange. Äh. Okay. 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 Ach, Mensch. Wir können aber... Ah, pass auf. Es könnte möglich sein... Da kommt schon. Dass wir... Au. Aha. So. Und jetzt, wir uns rüberdrehen. Tada. Geschafft. Ich glaube, die Kamera war neu. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ist schon eine Zeit lang her, dass wir das letzte Mal Cube gespielt haben. Und an der Stelle würde ich sagen, da ich heute sehr, sehr wenig Zeit habe, aber die Folge noch aufgenommen werden musste, mache ich hier einen kleinen Break. Wir sehen uns morgen wieder in einer neuen Aufnahme Cube Director's Cut Edition. Bis dahin, einen traumhaften Tag. Macht's gut, Leute. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.